Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei War for the Overworld, wo wir jetzt wieder auf der normalen Welt sind. Wir haben ja den Lord, den Underlord, hier zerstört. Mina, Mira, wie auch immer, hat er jetzt nicht viel auf dem Kasten. Und jetzt gucken wir mal, wir müssen glaube ich noch zwei Missionen machen, um das gute Imperium endgültig niedergebrannt zu haben. Mit so großartigem Macht, Sie waren bereit, den grünen von Ihren Brethren zu beherren. Draven, Korvek und Kasita haben zusammengezogen, und planen zu holen den Artefakt für sich selbst. Defeat sie, und sie zu Ihren Willen, für wenn sie in Ihren Raten werden, werden Sie nicht stoppen Ihren Finalen auf den Empire-Capital zu verhindern. Hm, okay, meine Brüder sind gegen mich. Dem und ich hier andere Underlords. Einfach ins Gesicht mit euch. Was soll denn so ein Blödsinn wieder? Ich hoffe, ich kann die Macht wirklich benutzen. Wir haben dich erwartet. Ja, du bist die Genos. Wir haben es über deine Todesmacht. Diese Fools kommen für die Kinos, Underlord. Prove your dominance, und crush them beneath your indomitable Will. Treat them as a warm-up for the Emperor. Activating the Kinos, will defuse all enemy defenses, and empty their mana reserves. Use it to deter an attack, or rally past their traps, in order to crush their traitorous court. Ah, okay. So, hier reißen wir mal eben auf, weil dann werden wir hier Gold reinpfeffern. Oh, guck mal, da unten waren schon zwei gelbe. So, Biesthöhle. Ich denke mal, ich baue mal lieber nach Süden. Oh, Kisida. Nur weil du keinen Tast für eine Kampf hast, bedeutet das nicht, dass es dich nicht erfüllt wird. Wir können creepy, excellente Dinge passieren, wenn wir wieder gehen. Ich kann auch sagen, warum. Weil die im Süden scheinen ein bisschen schwächer zu sein, als der im Norden mit seinen beiden Dungeon-Kern. Dann sollte ich mich vielleicht daran besser orientieren. Ähm, wir haben noch nichts zu futtern gebaut, ne? Ach du Kacke. Hier bin ich ja echt erstmal auf engstem Raum. Ach, scheiß drauf, wir machen hier alles weg. Wände halten eh nur auf. So, Gold ist voll. Ähm. Richtig, bauen wir hier noch ein bisschen aus. Dann machen wir die drei hier weg. Dann haben wir hier nur vier. Hier, den erweitern wir auch ein bisschen. Die mittleren Teile, da werden wir überhaupt nichts bringen. So, da können wir Trainingskammer. Ne kleine. Hauptsache, wir kriegen die Kreaturen. Ob die dann wirklich trainieren können oder nicht, ist ja scheißegal erstmal. Und im Notfall hat man immer noch die Bestienhöhle. So, hier vorne ist das Heiligtum. Dann machen wir direkt die Kenos-Entfesselung. Kommen wir weiter in die Schatzkammer nach Süden. Oder zur Seite, hier rechts. Stopp, ich muss mal eben kurz gucken, was ist denn hier an der Seite. Oder wenn wir direkt in seine Höhle reingehen, ne? Oh, wenn wir direkt in seine Biesthöhle reinpfeffern. Ist das doch auch nicht verkehrt. So, da haben wir ne Gruft. Und wir brauchen auf jeden Fall nen Kerker. Weil die will ich noch holen. Meckert doch mal schön weiter rum. Oh, nein! Das war vielleicht jetzt etwas früh. Du hast das nicht verkehrt. Na komm! Spreng die Penner weg, alle. Dann klappt's auch mit der Zerstörung von den Dungeon-Herzen. Oh mein Gott, der hat schon noch mehr. Das kann nicht dem sein Ernst sein. Ich glaub, der hat ein Payday auch noch. Weiter geht's, meine Freunde. Das ist jetzt Kacke. Der muss jetzt hier weiter durch, ey. Ich muss den Dungeon-Kern, das Dungeon-Herz von dem zerstören, wenn ich schon hier vorne bin. Danach kann ich mich ja gerne hinten um den kümmern. Na komm, gib Stoff. Scheiße, was wollt ihr denn hier bauen? Aber Hauptsache, auf dem Seite Kreaturen sind alle da ganz vorne unterwegs, ne? So, wo ist der Blitz? Da ist der Tod. Ich weiß, dass meine Schatzkammer gefüllt ist. Ja, labert doch nochmal ein bisschen mehr miteinander. Ich weiß, dass du nicht. Ich weiß, dass du nicht. Was ist das mit dem? Ja. Sehr schön. Dann haut das hier weg. Am besten, wir machen den Kerker noch größer. Und die zwei im Süden, die werden bedeutend schwächer sein. Ich hoffe es jedenfalls. Ein Ghoul hat in deiner Kripte gespürt. Diesen Kerker. Achso, die fressen die Ratten, deshalb sind die da drin. Hm. Design-technisch gar nicht mal so dämlich. So, baut den ganzen Scheiß auf. Die bauen sich schon so da rein. Dann werden wir hier oben noch eine Gruft reinpfeffern. Hier machen wir Folterinstrumente. Für das neue Rekrutieren von Soldaten. Wenn wir das Stück noch wegnehmen, können wir dann vielleicht noch mehr Ghoul rausholen. Und hier hinten scheint was versteckt zu sein. Geht da mal bitte auch hin. So, das brauche ich nicht mehr. Wir haben einen zweiten Ghoulplatz. Ansonsten übernehmen wir hier oben alles. Aber komisch, dass seine Imps noch leben, ne? Na, seid ihr alle angepisst, weil ihr verloren habt? Das ist so, wenn man auf der Verliererseite ist. Hihi, hi, 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 hi. Gruft. Ein Bästermaster hat eurem Dungeon. Machen wir da noch ein Loch rein. Ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Position, um auch noch ein paar weitere Tränke zu positionieren. Na, bist du vielleicht schon aus Frust gestorben? Wahrscheinlich nicht so, ne? Was? Ihr habt einen meiner Soldaten gefangen genommen? Haltet ein, den brauchen wir da nicht. Sieht ziemlich unordentlich aus. Ist es auch. So, ich reiß mal so viel ab, wie ich kann. Man braucht ja wirklich nicht große Teile von dem Schrott. Oh, da sind noch Leute von mir gefangen. Können wir mal bitte das einnehmen? Da werden die auch erst mal befreit. Na, komm. Komm, weg da. Ja, ich weiß doch genau, wo. Weil er nicht bezahlt wurde oder weil er einfach doof ist. Ich würde darauf tippen, weil er doof ist. Warum sollten die Einheiten rebellieren? Weil die nicht nach Hause kommen. Oh, da huschen die gelben Mistfächer bei mir lang. Na, hier vorne sind die rein. Na, hier vorne sind die rein. Jetzt hast du einfach ein paar Kanonen. Moment, stopp, 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 stopp. Mach die beiden Ecken da weg. Darunter auch. Ich glaube, wir haben auch zu wenig zu essen. Dann verzichten wir einfach erst mal auf die... Oh, ihr wollt mich verarschen, oder? Ab da. So, den hauen wir auch weg. Ich hoffe, mein Dungeon-Herz wird gerade nicht angegriffen. So, jetzt schicke ich alle los. So, du hast keinen Bock zu kämpfen. Ist auch okay. Kann man ja mal verstehen. Na, komm her, Imp. Die müssen alle weg. Sonst gehen wir bis alle Zeiten der Welt noch auf die Eier. Schön, ihr seid bereit? Vorwärts. Er schleudert schon ein paar Blitze gegen uns, aber macht euch keine Angst. Beziehungsweise habt keine Angst. Auch wenn Payday ist, vergisst es. Zieht einfach durch, macht die Imps platt. Auf zum Dungeon-Herz von ihm. Und dann werden wir den eben zerfetzen. Deine Minionen sind unter Attack. Was ist das denn für ein Vieh? Ein Behemoth? Deine Minionen sind unter Attack. Weißt du, was das Problem ist? Ich sehe gar nichts. Sie haben eine Madeleine. Sie hat mannish node. Sie hat mannish order. Mannish ordολérence. Not genug. Mannish energie. Sie ist weg, Mann. Not genug. Mannish unbedingt. Ach du Scheiße. Komm, haut ab, haut ab. Schlaflieder liegen die rum. Die liegen rum und freuen sich ein Ast. So, wir müssen ein paar Verteidigungen aufbauen. Also die KI unten hat ein ganz schönes Angepisst sein Niveau erreicht. Weg, weg, weg. Weg, weg. Scheiße. Ich hatte mich doch nur verklickt. Ach, da läuft der Ogre. So, 3 zu 6. Das könnte er sein lassen. Hört auf, Mineralien abzubauen. Wir brauchen jetzt erstmal reine Verteidigungskram. Dann greifen wir ihn hier halt an. Vor allem haben wir hier schon teilweise Sachen aus seinem Dungeon übernommen. Unser Beschwörungsritoral ist auch fertig. Weg. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ob sich das lohnt? Müssen wir uns mal angucken, die Glutris-Dämonen. Scheißdreck nochmal. Scheißdreck nochmal. So, da ist der Glutdämon gewesen. Hier ist der andere Glutdämon. Der wird jetzt gerade von dem Filii angegriffen, was auch immer es sein mag. Aua! Warum hält der denn so viel aus? Das gibt's doch nicht. Boah, zieh das rein! Weg ist er! Da war aber schon ein bisschen krasser. Ähm, nein, das nicht. Oder wollen wir doch noch ein bisschen mehr produzieren? Ne, ich brauch auf jeden Fall Tränke. Komm, noch mehr. Kann es sein, dass wir nach der Zerstörung des ersten Dungeon-Kerns jetzt so Probleme haben. Einer von deinen Minionen denkt, er sollte einen Profit-Share bekommen. So eine Scheiße einfach. Das ist doch schön, wenn die auf unsere Seite gezogen werden. Ach, Klappe zu. So, den können wir auch verkaufen. So, den könnte er auch noch bekehren. Ich weiß gar nicht, wer die Imps töte. Äh, kommen, kommen die dann auf meine Gruft oder eher nicht? Lass das. Da kommt wieder so ein Mistvieh. Ach, der hat diesmal nur zwei Schuss ausgehalten? Letztes Mal war der aber stärker, oder? Deine Minionen sind attackiert. Ein Krak-Pot hat in deine Torture-Chamber gebetet. Gibt es überhaupt neue Sachen, die wir erforschen können? Steinbrücken. Phantomkammer. Ermüchte deinen Hexen die Erfahrung gefallen, der Krieger zu handel sehen und deinen eigenen Dienern zu senden. Spiritchamber unlockt. Baufrei schalten. Deine Minionen sind attackiert. Konstruktion unlockt. Deine Minionen sind attackiert. Assemblung unlockt. Deine Minionen kämpfen die Gegend. Na gut, dann holen wir uns jetzt noch den Hexer-Raum. So, da kommen die Tränke. Gletscher-Tür. Ach du Kacke. So, kümmert euch nochmal um die Mykenos-Entfesslung. Ja, ja, gut. Du bist ein guter Mann. So, jetzt holen wir euch. Kommen wir einfach mal von Süden zum Kern nach da oben. Na komm, bewegt euch. Da kommt der Feind. Mach ihn platt, mach ihn platt. Komm, go, go, go. Weg, 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 alles. Ja, okay, den werden wir relativ locker ausschalten können. Weißt du, wenn die tot ist, gehen dann die ganzen Kreaturen weg von ihr. So, dann tötet ihr noch die Restlechen, die es dir gibt. Können wir noch irgendwas sprengen? Können wir noch irgendwas sprengen? Ja, nicht zum ersten Mal, mein Freund. Tote blauer Zwerg. Ruck, 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 ruck. Na komm. So, reißen wir mal das Stück hier oben auch noch ein. Jetzt geht's nur noch gegen den gelben Dämon da unten. Oh nein! Hauptsache, die lassen sich da erstmal nieder in den ganzen Dingern. Genau, den schmeißen wir mal eben kurz weg. Das reißen wir noch hier oben ein. Ich brauch grad Bauplatz. So, noch mehr Trainingsgerät. Nachher oben machen wir dann Schlafkammern. So, Seenbrunnen freigeschaltet. Das ist bestimmt eine ganz tolle Sache, die ich aber gar nicht brauche. Du bist witzig. Aber ich letztes Mal da unten reingelaufen bin, hat der mich ganz schön nass gemacht. Deshalb gibt mir jetzt eben die kleine Sekunde Zeit, noch meine Truppen wieder aufzufrischen. Und dann zu sagen, ja, alles klar, wir ziehen nach Süden. Nicht genug Manna. Lass uns kratzen. Ein Gnarling hat in deine Torturechammern geflogen. So. Ich glaub, wir haben kein Archiv mehr. Oh nein, da steht er genau beim Übergang. Bleibt die Frage, brauchen wir das Archiv noch? Ich glaub, ganz verkehrt wird's nicht sein. Weg mit so einem Schrott. Weg mit so einem Schrott. Jetzt schrei mal nicht rum, mir geht's auch nicht so gut. Kaum zu glauben, aber der ist echt fit da unten, ne? Stopp. Rampart, komplett. Hm. Ja. Sehr schön. Jetzt gehören sie alle zu uns. Rampart, komplett. Oh man, Ritual wird abgeschlossen. Deine Minions sind unter Attack. Willst du mich veräppeln? Rampart, komplett. Das Spiel können auch zwei spielen. Oh man, Ritual wird abgeschlossen. Ich hab grad auch keine Arena gebaut, aber jetzt ist es eh zu spät. Na komm, wir versammeln unsere Truppen. Lauft, Leute. Die Wale-Pinze. Ach, Pinze sei schon. Pilze. Hustäver. Die Wale! Alle. Wee! So, gucken wir mal, was er noch hat. Also gradwegs... Ah! Komm, einfach hier quer B teilen. Ja, meine Macht ist groß genug. Scheiße, das werden wir jetzt alle haben. Gut. Jetzt gehen wir schnell in... ...dungeoners von dem Platt machen. Das Kleinvieh ist tot. Seid gute Diener und macht den Platt. Ich weiss genau, ihr könnt das. Das war's. Das war's. Ich bin... ...defeatet. Ich habe keine Worte mehr mit dir, mein Herr. Du bist ein größer Warrior als ich dachte. Ich versuche zu dir, Underlord. Fine work, Underlord. You've crushed their resistance and brought them under heel. Sped to the power of the Kinos, they will prove no threat to you in the coming battle. Let's make haste to Uther's Landing. All that remains is for us to win one final victory over the Empire and to avenge those who have fallen to their underhanded schemes. Ach, wir haben sehr überzogen, aber die Mission komplett da reingepfeffert. Du bist wie ein Gott. Mit diesen drei Bindern zu deinem Willen, deine Krieg gegen das Empire-Kapital ist sicher, dass es in blöden Krieg endet.